Hey du, was passiert bei dir? Drakengard ist dann gesagt, Drakengard 3, um genau zu sein. Wir sind hier Kapitel 2, 3 und lass uns mal hier wieder Sachen kaufen. Ist vielleicht besser, wenn wir Sachen haben. Kapitel 2, 3. Wir sind auf dem Weg, um 4 tot zu hauen. Weil alle müssen tot gehauen werden. Wo ist, habe ich kein Wasser hier? Doch, doch, ich habe Wasser hier. The Land of the Mountains, 4's Fortress. Bad guy ist überall. Wir finden, dass wir nicht weitergehen können. Wie ist das denn, dass wir hier nicht mehr machen können? Listen to the scream. Man, das ist zu viel Spaß. Bull, get your ass out here, now. Death to the demon at her dragon. Victory to Lady 4 I'll show you the victory, you asshat Oh, please, let me go home Seems like 4's got a leg up on you in the local popularity ratings Such as? Such as? Uh, well, she's willing to find me You call those good points? Well, I mean... Hey, I can hear you, you know No, I don't want to die Zero, zero! I told you to stop repeating yourself Only you told me I'm sensitive A dragon! A dragon for treating yourself! Wait, a dragon! A dragon for treating yourself! A little hypercanon! Kill it! Kill the dragon! Here we go again Sir, we have confirmation of Lady 4's retreat Silence the demon! Son of a... Death to the traitorous intoner! Zero, did you hear that, Zero? Sounds like 4 caught us with our pants down Definitely not our finest hour Let's finish off these goddamn cannons first! Let's finish off these goddamn cannons first! Ohhhh, oh gas! All this fighting, no one going 4 to show for? What a crock of shit! You bastards think you're smart, huh? Zero, 4 isn't even here! You don't have to... What? They put me through this shit, and now they're gonna be Hmm... Geez, see? Sure can be scary sometimes I'm scared... We can't win! We're gonna die, dear! Watch that tail! It'll shatter every boat in your body! Nice, crumbling! Expect inflammation! What? What? Yo! Die haben's verdient, die sind bei Vorsolde! Why are you so bent on taking down your sisters, Zero? Families are important! Dragon's don't have families, and even we know they're important! Not to me, they're not! Ah, I'm going to need a new plan! Ah, I'm going to need a new plan! Mission complete! Das war jetzt sehr kurz! Das war sehr kurz! Begin me schon! Nein, machen wir noch! Das war jetzt zu kurz! Pfff! Diverted by false information regarding Vor's whereabouts, Zero found herself on the hunt once more. Guided by the faint intoner presence they detected, the group narrowed their search to a snow-capped range in the mountains. Pff! Stop und bravse. Oh, lass dich nicht größer! Hey, mo- way geht lectures! Oh no. Oh no, Ditto. All right, we're off. You go in from up high, all right? Lame. Wish I could fly around like big baby there. No, you don't. The higher you go, the colder it gets. Huh, fair enough. Guess we'll just have to blaze our own trail on the ground, huh, Z? Muss man jetzt Z nennen? Z. Madame Z. Schwester Z. Schnurlpiks. Track down four. You know, maybe we should have ridden on Mikhail after all. Didn't you hear him? It's cold as hell up there. Dun-dun-dun. I don't get it. Swing and slam. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist der. Das ist der Move. Superfist. I can't even walk in this. Keep going. You'll die if you stop moving. Heh. I thought, but it's not gonna happen. It's a goddamn monster! We should have had your dumb dragon melted for us. Yeah, right. He'd probably miss the burners to send us. Oh, damn. Haha. Yeah. I don't know if this will look so out here. With the colors. With the colors. Oh, man. We're gonna turn into little soldier eyes statues. Set off, you girl. Yeah. Shit. My right leg's gone numb. Damn it. Look at that cross. Tough ladies. I said march. Now march. Yeah. 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 Damn. 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 fearful of firebranding. So, by the geets. Geister! Spirits? Freunde von Bjorn? Ich habe keine Freunde. B-Bo-Bo-Bo-Ings... Geister! Geh weg von mir! Sie attacken uns! Wie weit hinaus? Geister! 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 Das war's für heute. Das! So, hast du noch ein bisschen Lebensenergie auch für mich? Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Das war's für heute. Autsch. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut! Das war's für heute. 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 Das ist der falsche Weg, oder? Das ist der Weg zurück. Das ist der Weg zurück. Das war's für heute. 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 Wir gehen auf die Schläge, das ist ein bisschen nervig. Da liegt doch was rum. Gold, gib mir die Gold. Die Gold, die Gold, die Gold, die Gold, die Gold, die Gold. Die Gold, die Gold, die Gold, die Gold, die Gold, die Gold. Um, vielleicht sollte ich dich zurückziehen. Ja, kein Blödsinn. 1-0, call him already! Shut your trap, I'm trying, okay? I've been calling, but he's not answering. Uh-oh, that's not good. Probably just flew out of range with somebody. You don't think maybe 4 captured him, do you? No way. 4's disciple is pretty ripped, you know. Well, I don't think he could probably take a dragon. No one takes a dragon, even a stupid idiot dragon. He'll be fine. Man, you're so curious. Huh? I'm sick of these fuckers. And where's my dragon? I'll go to the house of Hilo. Oh, it's like a pig. Oh, it's like a pig. Die Brücke sieht sehr sicher aus. Die Brücke, die Brücke sind mehr Schickenshit, als ich dachte. Nein, das ist nicht das, was ich... Oh, die Brücke. Die Brücke, vielleicht soll es dir... The End. Ich werde sagen, wenn das endet. Das war gut. Okay, ich werde mich nicht wiederum wählen. Duhige Scheiße, Schnee. Ich war nicht so laut. Wirklich? Sie schützt den Schnee? Was war das? Oh, nichts. Nichts überhaupt. Wirklich? Ich hoffe, die Wind haben endlich geblieben. Es geht nicht. Es geht nicht um die Kiste. Die Gold! Die Gold! Ich bin nicht zufrieden. Ich werde nicht zufrieden. Ich werde nicht in der Kampf umgehen! Ich werde nicht mehr länger dauern. Ich werde nicht mehr durchgehen. Schrauben Sie die Frau für mich. Ja, die Tür zu. Das ist doch ein Digga vom Anfang. Das ist auch besessen. Das ist doch ein Digga vom Anfang. Das ist ein Wettbewerb. So ein Wettbewerb. Dann do it. Do it. I didn't defeat it. Defeated. Read it. Yeah, yeah, hold on. Let's see here. The jewel bearing the revered one ascends to the heavens from Mount Bernstein of the Vice Norton, leaving a silvery shadow in its wake. You want to try that again in English? What do you think it means? Your guess is as good as mine. But I know that I've definitely heard of Mount Bernstein of the Vice Norton before. Mount Bernstein, echt? Mount Bernstein. We'll go check out Mount... whatever. Yay, we're going to Mount Lever! Jo. Genau so machen wir das. Mission complete. Das war ein bisschen schwerer Akt, aber... Wir haben es ja geschafft irgendwann. The gold. The gold. So, bevor es da weitergeht, machen wir jetzt eine Pause. Ich sag dir, danke, dass du dabei warst. Das war Drackingard 3. Ich brauche ein Päuschen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Wir haben wirklich gehört in demастen jalife weather. Le 올 rods. Wir wollen es besen. Ich glaube, wir wollen es emerition. Wir leben an delicatessen. Wir wollen es nicht mehr. Vielen Dank.